Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über ein Kursspektakel bei Beyond Meat, Teslas Erfolgsserie und das verspätete KI-Lob für Amazon. Im Thema des Tages präsentieren wir euch die Liste der Geschenkt-Aktien. Und in der Triple-E-Idee geht es um eine fast vergessene Halbleiterperle. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 9. Juni. Wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag. Und die Optimisten, die haben jetzt auch wieder offiziell das Sagen an der Börse, zumindest beim S&P 500. Der befindet sich jetzt nämlich wieder offiziell im Bullenmarkt. Das bedeutet, 20% hat er nach oben geschafft vom Oktober-Tief. Und gestern stand dann dort ein Plus von 0,6% zu Buche. Und der Nesdaq gewann noch deutlicher, nämlich 1%. Und unser DAX gewann eher läppische 0,18% und stieg auf 15.989 Zähler. Und wo so viele Bullen sind, da schwinden natürlich die Sorgen und auch die Angst. Und das lässt sich ablesen am Angstindex WIX. Der ist auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Und weniger Angst bedeutet mehr Mut und vielleicht auch Übermut oder Leichtsinn. Denn es gab ein paar Kursbewegungen, die so ein bisschen auf Übermut hinweisen könnten. Beispielsweise Beyond Meat plus 20%. Und da gab es eigentlich nicht viel mehr als die Nachricht, dass da ein paar Leute ihre Short-Positionen schließen mussten. Beyond Meat ist ja die zweitmeist geshortete Aktie im Russell 2000. Und wenn dann da jemand einmal loskauft, dann müssen die alle sich damit eindecken. Und dann geht es halt nach oben. Und plus 56% gar hat Carvana gemacht. Das ist ja dieser Online-Gebrauchtwagenhändler. Die haben jetzt gesagt, okay, optimistische Gewinnprognose für das zweite Quartal gemacht, weil die Kostensenkungsmaßnahmen greifen. Aber dass es jetzt 56% gleich sein muss, auch da spielt eine Short-Eindeckung eine Rolle. Denn Carvana ist die meistgeshortete Aktie im Russell 1000. Und wenn man sich insgesamt anschaut, den Goldman Sachs Most Shorted Index, der hat binnen eines Monats 12% zugelegt und der S&P nur 4%. Also die meistgeshorteten Aktien dreimal so stark wie der S&P 500. Und auch Tesla wieder einmal im Plus mit 4,6%. Das war das zehnte Tagesplus hintereinander. Das ist die längste Gewinnsträhne seit einer elftägigen Serie, die im Januar 2021 endete. Ja, Grund für den aktuellen Zugewinn, das ist eine Einigung mit General Motors, wonach der Konkurrent ab 2024 Zugang zu rund 12.000 Tesla-Superchargern bekommt und seine Fahrzeuge ab 2025 sogar mit dem Tesla-Ladeanschluss, also mit dem Standard von Tesla, ausstatten wird. Im Mai hatte der Elektroauto-Pionier ja schon eine ähnliche Kooperation mit dem zweitgrößten US-Hersteller. GM ist ja der größte. Das hatte man mit Ford schon beschlossen. Ja, und so kann Tesla seinen Ladeinfrastrukturvorteil immer stärker auch monetarisieren. Denn wenn die Konkurrenz künftig bei Tesla lädt, bleibt auch immer was beim Musk-Konzern hängen. Und auch Amazon gewann. Knapp 2,5%. Und da gab es auch so einen kleinen Hauch von einer KI-Fantasie. Bisher war ja Amazon davon verschont geblieben. Oder ja, hat das leider nicht aufnehmen können, diese KI-Fantasie. Und Grund war eine UBS-Analyse von Lloyd Wormsley. Der hob sein Kursziel von Amazon von 130 auf 150 Dollar an. Und er meinte, die Aussichten für AWS, also für die Cloud-Sparte, die könnte sich durch KI verbessern. Und aktuell kostet Amazon 124 Dollar. Und Amazon sei zwar spät dran und hätte noch nicht so viel im KI-Bereich gemacht. Aber man werde nicht länger zurückbleiben. Und generative KI könne sich bereits im vierten Quartal in den AWS-Ergebnissen niederschlagen. So schrieb es der UBS-Analyst. Schauen wir mal, würde ich sagen. Aber wäre gelacht, wenn Amazon nicht auch KI-Fantasie bekäme. Ohne KI-Fantasie ging es bei Evotec, einer deutschen Börse, nach oben. Die haben ja einen sehr erstaunlichen Aufschwung in den letzten Tagen. Eine Kaufempfehlung der Citigroup schob die Aktie, die ja zum 19. Juni wieder in den MDAX rückkehrt, kräftig nach oben. Am Ende gewann das Papier 8,4 Prozent. Analyst Peter Verduld hatte sein Kursziel von 21 auf 31,60 Euro kräftig nach oben geschraubt. Und mit der Einstufung von Evotec als möglichen Tesla der Biologica-Hersteller am Markt für Fantasie gesorgt. Aktuell kostet die Aktie 23 Euro. Noch vor vier Wochen waren das 16. Das nennt man dann wohl Kurs-Rally. Ich mach die Termine noch schnell, oder? Es gibt auch nicht so viel. Lohnt ja kaum. Doch, es gibt Zahlen von NIO, von einem chinesischen Autohersteller. Und es gibt eine Rating-Überprüfung für Griechenland von Fitch. Und warum wir das erwähnen, ist, weil Griechenland bei Fitch BB Plus hat. Und das ist eine Stufe unter Investmentgrade. Und die ist ja schon im Januar hochgestuft worden. Und wenn sie jetzt noch eine Hochstufe bekommen, dann wäre Griechenland wieder Investmentgrade. Und dann könnte man Urlaub machen in einem Investmentgrade-Land. Das würde sich viel besser anfühlen. Ich erkundige mich immer jedes Mal nach dem Investmentgrade. Ja, genau. Mache ich das anders? Und wo es gerade um Junkländer geht, gibt es noch eine positive Nachricht aus der Türkei. Da haben wir nicht so viele positive Nachrichten. Die Lira ist ja gestern auf den tiefsten Stand ever gefallen. Aber der Erdogan hat jetzt eine Frau an die Spitze der Notenbank beordert, die in Amerika in die Schule gegangen ist und da wirklich ausgebildet worden ist. Ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen lasse ich es auch besser. Aber heute könnte das der Lira einen richtigen Schubs nach oben geben, wenn die Leute denken würden, hey, da gibt es wieder mehr konventionelle Wirtschaftspolitik. Insofern ist es auch ein wichtiger Termin für den heutigen Freitag. Das Thema des Tages Nando, würdest du was bei Wisch kaufen? Natürlich nicht. Das weiß ja sogar meine Generation, dass es da nur Schrott gibt. Tant nennt man das. In meiner Generation habe ich das Tant genannt. Das ist dann wirklich noch eine andere Generation. Dann hätte ich eine bessere Idee noch. Warum nicht, wenn du schon nichts bei Wisch kaufen willst, warum nicht gleich ganz Wisch kaufen? Nee, das verstehe ich nicht. Okay, dann würde ich dir einfach noch 400 Millionen Dollar obendrauf legen. Würdest du dann Wisch kaufen? Deal? Also für 400 Millionen Dollar würde ich sicherlich drüber nachdenken, aber wo willst du die Kohle herkriegen? Weißt du was, Nando? Das Schöne ist, die Kohle muss ich gar nicht aufbringen, denn der E-Commerce-Anbieter, der inzwischen unter dem Namen Context Logic logiert, ist an der Börse für 172 Millionen Dollar zu haben. Aber die Firma hat noch gut 600 Millionen in der Firmenkasse. Und das heißt, du bekommst die 600 Millionen Firmenkasse für 172 Millionen Dollar. Und wir hatten euch ja versprochen, uns mal auf die Suche nach Unternehmen zu begeben, deren Börsenwert niedriger als der Cash-Bestand ist, sprich, ihr eigentlich was geschenkt bekommt. Tja, was geschenkt zu bekommen, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Denn, dass es an der Börse nicht immer rational zugeht, das dürfte jetzt die wenigsten von euch schocken, aber Geschenke, das Ergebnis unserer Recherche ist trotzdem durchaus bemerkenswert. Von den weltweit gelisteten 93.900 Aktien weisen 1.500 Börsengesellschaften einen negativen Firmenwert, also Enterprise Value, auf. Und vielleicht müssen wir nochmal kurz erklären, was dieser Enterprise Value, also der Firmenwert ist. Ganz einfach. Ihr nehmt die Marktkapitalisierung eines Unternehmens, das ist ja die Zahl der Aktien, multipliziert mit dem Aktienkurs und dazu addiert er dann die Schulden bzw. zieht den Cash-Bestand ab. Leuchtet ja auch ein, wer eine Firma an der Börse kauft, der kauft doch die Schulden mit, die hat er dann selbst oder wird Eigentümer der Kasse. Und wenn man eben mehr Geld in der Kasse ist, als das Unternehmen an der Börse kostet, dann ist Marktkapitalisierung minus Kasse, dann ist der Enterprise Value negativ. So einfach ist das. So einfach ist das. Was auffällt, es finden sich viele Unternehmen in der Liste, die insolvent sind. Und das liegt daran, dass ein Unternehmen in der Insolvenz an der Börse für den Appen und den Ei zu haben ist, gleichzeitig die Bilanzzahlen aber nicht aktualisiert werden. Wenn also kurz vor dem Niedergang noch 5 Euro in der Kasse waren, die Firma aber nur noch 4 Euro jetzt wert ist, taucht sie in der Liste mit auf. Wirecard ist so ein Fall. Der Börsenwert liegt bei 2 Millionen Euro. Aber irgendwie taucht da noch eine Kassenposition von 2 Milliarden Euro auf. Also selbst wenn das Geld ja da ist, würden damit die Gläubiger bedient werden und nicht ihr als Käufer beschenkt. Solche Pleiteunternehmen muss man also rausnehmen aus der Liste. In Deutschland taucht etwa neben Wirecard noch Fritz Nolz auf und Windeln.de. Das war doch eine Meme-Aktie mal. Ja, Windeln.de war eine Meme-Aktie und auch eine Geschenkt-Aktie, wenn man jetzt nach Enterprise Value guckt. Und was auch noch auffällt, viele Biotech-Firmen tauchen in der Liste auf. Sie haben noch Geld in der Kasse, sind aber noch so weit von Durchbrüchen entfernt, dass die jeweilige Aktie niedriger wert ist als der Cash-Bestand. Denn das Risiko ist ja hoch, dass irgendwann das Geld alles, zumal es auch gerade für viele Biotech-Firmen schwierig ist, an neues Geld ranzukommen. Aus dem Nasdaq-Biotech-Index mit seinen 270 Aktien sind insgesamt 21 Geschenkt-Aktien drunter, also mit negativen Enterprise Value. Darunter beispielsweise Galabagos, EQRX, Atea Pharmaceuticals oder auch Invivid. Und jetzt kommt so ein bisschen Bewegung in die Geschichte rein. Vor zwei Wochen bot ein wenig bekanntes Unternehmen für Atea, die hießen Concentra Biosciences, das ist so eine Gesellschaft, die von einem Capital Partners Investmentfonds kontrolliert wird. Die bot an, die Atea-Aktie zu kaufen, also das Unternehmen zu kaufen. Und daraufhin schoss dann auch gleich die Atea-Aktie in die Höhe. Und genau diese Spekulation, die könnte sich bei anderen Geschenkt-Aktien wiederholen. Denn andere Aufkäufe, die könnten ja beispielsweise so eine Biotech-Bude kaufen und könnten das dann stilllegen oder könnten halt die Kasse für was anderes nehmen. Und das ist genau die Spekulation an der ganzen Geschichte. Aber das Problem bei Biotech-Werten, wenn das nicht passiert und die weiterkaufen und ihr das Ding gekauft habt und darauf hofft, dass es passiert, können sie vielleicht irgendwann pleite sein und eure Spekulation geht überhaupt nicht auf. Ich habe noch ein paar weitere US-Bio-Tags und keine Sorge, wir packen die Namen in die Shownotes, denn sie sind teilweise doch ziemlich kompliziert. Ich lege mal los. Da gibt es beispielsweise Nectar Therapeutics, Wanda Pharmaceuticals, Graphite Bio oder Bio, Q-Health, Fulcrum Therapeutics, Century Therapeutics, Instill Bio, Quantum C4 Therapeutics, Ateos Therapeutics, Inovio Pharmaceuticals, Affimed und Anexon. Wie gesagt, packen wir in die Shownotes. Sich solche Werte rauszusuchen, ist natürlich klar, das ist ein Megazock und hat nichts mit kontrollierten oder konservativen Investieren zu tun oder ist eigentlich sowieso kein echtes Investieren. Ihr müsst jeweils halt genau schauen, was da los ist. Außerhalb des Biotech-Sektors findet ihr beispielsweise das Skandalunternehmen Too Simple auf der Liste mit negativen Enterprise Value oder Lordstown Motors oder Oscar Health. Oscar Health finde ich überraschend. Hier liegt der Börsenwert bei 1,9 Milliarden Dollar, der Kassenbestand aber noch bei 3,1 Milliarden. Also auch da, hm, könnte es was geschenkt geben. Ja, aber man sieht auch, dass es an der Börse in Wahrheit nichts geschenkt gibt. Außer man ist bereit, wirklich richtig, richtig zu zocken und auch dann wird selten ein Geschenk draus. Die AAA-Idee des Tages Ja, ihr wisst es, wir wissen es. Wir sind große Nvidia-Fans. Jahrhundertaktie haben wir sie ja schon früh getauft. Gleichwohl, allmählich können selbst wir es kaum noch hören, Nvidia hier, Nvidia da. Als wäre die Halbleiterindustrie mit Blick auf den Megatrend KI gerade auf ein einziges fähiges Unternehmen geschrumpft. Ja, es gibt da noch AMD, Broadcom und hier bei uns ja auch noch eine Infineon. Aber das genügt uns nicht. Wir haben uns mal unseren absoluten Welt-Tech-Checker Benedikt Fuß gegriffen und ihn gefragt, welcher Chip-Firma er denn am ehesten zutraut, Nvidia als KI-Schaufelhersteller auch so technologisch Paroli zu bieten. Und die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen. Sein Favorit ist, und jetzt machen wir mal Trommelwirbel, sehr schön, Qualcomm. Der US-Konzern ist bei weitem kein Unbekannter. Den Aufstieg erlebt wie die Firma quasi an der Seite von Apple. Dank der vielen Patente auf Mobilfunkchips war Qualcomm für den iPhone-Bauer ein alternativloser Partner. Aber was macht den Chip-Konzern jetzt wirklich so spannend? Benedikt hat uns das erklärt und sagt nämlich, dass Nvidia im Training von Künstlicher Intelligenz aktuell zwar ungeschlagen effizient ist, niemand sonst baut Chips, die derart schnell pro Kilowattstunde Energieverbrauch ein neuronales Netz trainieren können. Doch wenn ein Algorithmus erst mal fertig trainiert ist, dann wird für die Berechnung einer einzelnen Antwort, etwa von JetGPT, weit weniger Leistung benötigt. Und genau hier, bei der sogenannten Inferenzrechnung, setzt Qualcomm mit seinem neuen Cloud AI 100 genannten Chip an. Was der alles weiß, ne? Das ist echt wirklich... Inferenzrechnung. Inferenzrechnung. Ja, aber das ist kluge Leute. Cloud AI 100. Cloud AI 100. Das ist richtig schwierig aus. Das ist Spezialwissen hier. Wie schon erwähnt, Qualcomm macht den meisten Umsatz mit Chips für Mobilgeräte, die besonders stromsparend rechnen müssen. Und dieselben Spartechnologien wendet der Konzern nun auch beim Cloud AI Chip für Rechenzentren an. In einem im April veröffentlichten Test der Benchmark-Experten von ML Commons schlägt er, dieser Chip, also die aktuellen Nvidia-Chips um bis zu 100% bei den gängigen KI-Aufgaben. Und bereits jetzt erweist sich die massenhafte Anwendung von fertig trainierten KI-Algorithmen als künftiger Engpass. Der Energieverbrauch von Rechenzentren könnte sprunghaft steigen. Und sollte Qualcomm darauf tatsächlich eine Antwort haben, dürfte der Umsatz des Chipriesen noch einmal erheblich zulegen. Auch arbeitet Qualcomm an mobilen KI-Chips, die im Internet der Dinge, etwa in Sensoren, in Industrie verbaut, große Mengen Daten mittels KI bereits bei Entstehung verarbeiten können. Das sogenannte Edge-Computing würde Speicher- und Netzwerkkapazitäten einsparen und soll ein weiterer großer Wachstumstreiber der Branche werden. Und wie schon erwähnt, Qualcomm ist ein Patentriese. Damit sind sie so erfolgreich geworden, wie sie eben heute sind. Und insbesondere im Mobilfunk-Geschäft ist dieser innovative Schatz sehr lukrativ. Das Unternehmen knöpft damit sehr vielen Herstellern eine Menge Geld mit den Patenten ab. Apropos Mobilfunk. Qualcomm ist die einzige echte Alternative bei Android-Telefonen für alle die, die keine Samsung-Chips nutzen wollen. Und die sind in letzter Zeit wieder sonderlich schnell gewesen und auch nicht als sonderlich Energieeffizienz aufgefallen. Das heißt, Qualcomm ist zurzeit bei den Mobilchips im Android-Bereich weit voraus. Und spannend ist die Sache auch deshalb, weil die Börse Qualcomm offensichtlich noch gar nicht als KI-Profiteur wahrgenommen hat. Denn legte in den letzten Monaten nahezu alles zu, wo auch nur ein Hauch von KI-Fantasie drin war, kommt Qualcomm seit dem KI-Urknall, und den würden wir mal auf den 30. November 2022 terminieren, als nämlich JetGPT das Licht der Welt erblickt hat. Seit diesem Tag kommt Qualcomm auf eine sagenhafte Rendite von minus 8,2 Prozent. Und jetzt können wir mal den Vergleich machen. Alphabet plus 21, Microsoft plus 27, Nvidia 127 plus natürlich. Ja, und der Blick auf die Kennzahlen sieht dann entsprechend ähnlich verblüffend aus. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Qualcomm liegt bei 3,2. Die operative Marge bei 31 Prozent. Nettogewinn von zuletzt immerhin 13 Milliarden Dollar. Und zum Vergleich, das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Nvidia, haben wir schon oft darüber gesprochen, liegt so bei 36. Die operative Marge bei 17,4, also deutlich niedriger als bei Qualcomm. Eine Einschränkung gibt es dann allerdings doch. Das Umsatzwachstum schwächelte zuletzt. Und ja, laut Prognosen wird das auch in Zukunft, oder zumindest ist das so prognostiziert, nicht explodieren. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass in dieser Prognosen das Thema KI noch gar nicht drin ist. Also vielleicht auch noch außen vor gelassen wurde. Und so ganz allein haben wir unsere aktuelle Qualcomm-Erkenntnis leider nicht. Denn auch das Analysehaus TD Cohn hat ganz frisch erklärt, dass die Firma ein unterschätzter Nutzenleser des KI-Trends sein könnte. Analyst Matthew Ramsey bestätigte nach einem Treffen mit CEO Cristiano Ammon sein Outperforming-Rating für die Qualcomm-Aktie und sein Kursziel von 135 Dollar für die Aktie. Am Donnerstag gewann das Papier immerhin 1% auf 116 Dollar. Und jetzt muss ich natürlich fragen, Sommerfeld, müssen wir jetzt auch noch einen Sparplan auf Qualcomm abschließen? Also ich bilde mir schon ein, das ist, wir haben da eine Perle entdeckt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also AA at Velti oder gebt uns eine Bewertung. Und Wilm hat uns geschrieben zu J.M. Smackers. Wir hätten ein wesentliches Wachstumsthema der letzten Jahre nämlich vergessen. Und er schreibt dazu, bis vor zehn Jahren gab es in Hotels in den USA nur ausnahmsweise Frühstück und wenn, dann auch nur in edlen Herbergen zu hohen Preisen. Inzwischen aber bietet die absolute Mehrzahl der Hotelketten in den USA ein kostenloses Frühstück. Dieses ist Self-Service. Kaffee aus riesengroßen Kannen am Buffet, verpackte Bagels, vorgefertigte Eispeisen und Aufstriche und Marmeladen und Erdmusbutter von J.M. Smacker. In Streichholzschachtel großen Wegwerfbäckchen. Am Ende des Frühstücks türmt sie ein kleines Plastikhügelchen auf dem Tisch. Kann jeder für sich einschätzen, wie tragfähig dieses Segment ist. Schade eigentlich. Jetzt hat wir die gerade geliebt, die Aktion. Ja, und jetzt machen die so einen Plastikmist. Macht sie jetzt nicht gerade sympathischer. Nee. Total sympathischer aber und vor allem klug ist unser samstags vorhin Gast. Nils Seebach gibt nach ziemlich genau einem Jahr sein Comeback, also zum zweiten Mal. Da ist noch kein Stammgast, aber auf einem guten Weg dahin. Und der, den wir den ultimativen Berater nennen, der hat für mich beispielsweise den ultimativen LinkedIn-Tipp dabei. Wir sprechen außerdem über seine Top-Investment-Idee für die E-Commerce-Branche. Und dann geht es um den Standort Deutschland und er verrät, welche Jobs junge Menschen in Zukunft meiden sollten. Ja, ihr merkt schon, jede Menge gute Gründe reinzuhören. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.